Das nächste Video endet, wenn Monte in einem seiner Videos Digger sagt. Und damit herzlich willkommen hier heute zu einer neuen Challenge auf meinem Zweitkanal. Ihr konntet es im Kommentar ja gerade schon entnehmen. Das heutige Video endet, sobald Monte Digger sagt. Und dafür habe ich einfach mal dieses Video hier rausgesucht. Das ist das neueste Video, das ich von MontanaBlack finden konnte. Und es heißt Wasserschaden im neuen Haus. Wie ihr mitbekommen habt, paar Neuigkeiten zum Haus. So sieht das bei mir aktuell im Keller aus. Das ist Fußboden und das hier... Ja, das sieht man ungern. Ich baue zwar gerade kein Haus, aber eine Wohnung in Hamburg und da hatten wir ähnliche Probleme. Wasserschaden ist ganz, ganz schlimm. Also das Helle ist Fußboden, das Dunkle ist auch Fußboden. Das heißt, ich habe im Keller auch wieder mal Feuchtigkeit, Digger. Und dann vom Werden muss er auf dem Flas screens. Und dann vom Cher